Musik Das ist top, die Wette geht. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Fraling, ich komme von der Schmitz Cargo Ball AG, aus dem Standort Werk Altenberge. Wir sind dort für die Produktlinie Pritschenfahrzeuge zuständig und ich bin da im Qualitätswesen beschäftigt. Mein Vortrag habe ich wie folgt gegliedert. Ich möchte Ihnen kurz was zu der Schmitz Cargo Ball AG erzählen. Ich würde dann kurz auf unseren Lienweg bei Schmitz Cargo Ball am Werk Altenberge eingehen und dann auch relativ kurz und schnell auf die Kata-Prozesse im administrativen Bereich eingehen. Wir haben den Kata-Prozess gegliedert in zwei Schritte. Wir haben einmal einen Pilotbereich gemacht und sind dann im zweiten Schritt in ein Rollout über den Standort Altenberge gegangen. Zum Werk Altenberge. Wir haben ca. 1000 Mitarbeiter im Werk Altenberge, wovon 785 im direkten Bereich beschäftigt sind. Direkt bedeutet Produktion und Logistik und 215 Mitarbeiter in den indirekten Bereichen. Aktuell fertigen wir 85 Fahrzeuge pro Tag bei einer Taktzeit von 15 Minuten. Das Ganze wird im Zweischichtmodell durchgezogen. Sie sehen hier unser Produkt. Der Planenauflieger, wie er in Altenberge entsteht. Wir sind Marktführer in der Trailerbranche und haben im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro gemacht. Marktanteile in Europa liegen bei 36% und in Deutschland bei 27%. Berlin-Weg bei Schmitz, SPS der Weg. SPS steht hier für Schmitz Cargobool Produktionssystem, nicht für speicherprogrammierbare Steuerung. Wir sind also schon längere Zeit damit unterwegs. Wir sind 2002 gestartet und die Kata-Methodik, die wir vor ca. 1,5 Jahren für uns erkannt haben, ist eigentlich ein ergänzender Baustein auf unserem Weg der DIN-Instrumente. Wir haben von Anfang an ein Bewertungsmodell gehabt, wie wir die Niveaustufen unseres Produktionssystems bewerten. Wir haben das also in fünf Stufen geclustert und haben Unterschieden in einmal einem technischen System, also Anwendung von LEAN-Methoden, und einmal einem organischen System, wo wir praktisch diese Vorgehensweise, die Denkweise, die dahinter steckt, identifiziert haben. Und wir haben auch festgestellt, dass hier so eine Art Bruch besteht. Also man kann noch so viele LEAN-Methoden anwenden, auch gute Erfolge damit zu erzielen, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man nicht mehr wirklich weiterkommt, wo es stagniert, das System. Und das war für uns der ausschlaggebende Punkt, Ausschau zu halten, was können wir in unserer Organisation verändern und besser machen, um die Stufe 4, einen spitzen QKL-Niveau, QKL sagt Qualität, Kosten und Lieferzeit, dementsprechend durch eigenständiges Management der Teams und entsprechender täglicher KASEN-Maßnahmen erreichen. Bislang waren unsere ganzen Maßnahmen sehr Führungskräfte getrieben. Wir haben also viel in Workshops umgesetzt, in Projekten umgesetzt. Sicherlich gab es auch die ein oder anderen KVP-Projekte in der Linie, die durch die Teamleiter forciert worden sind, aber das Ganze war doch sehr Führungskräfte getrieben. Und in der Krise 2009 ist uns das ins Rad gelaufen, weil Gemeinkostendenkung war das oberste Thema. Wir haben bis zu 90% Auftragseinbußen gehabt in der Zeit und da ist unser SPS-System so ein Stück weit zusammengebrochen. Das war eigentlich die Initialzündung zu sagen, wir müssen diese Vorgehensweise KVP weg von dieser Workshop-Kultur, von dieser Spotlight-Geschichte hin zu einer täglichen Routine bringen und sind dann mit Kata in Berührung gekommen. Wie eben schon gesagt, wir haben also den Einführungsprozess in zwei Bereiche gelidert. Wir sind mit einem Pilot gestartet, in Zusammenarbeit mit den Lean-Partners, mit Bernd Mittelhuber, der uns da hervorragend unterstützt hat, haben wir Pilotbereiche identifiziert und haben uns direkt zu Beginn auch Gedanken gemacht, welche Herausforderungen wollen wir uns denn eigentlich stellen. Wir haben eine Herausforderung definiert, die wir bis zum Ende des Geschäftsjahres 2015 erreichen wollen. Wir haben die mal so beschrieben, es wäre schön, wenn wir bis zum Ende des Geschäftsjahres 2015 einen spitzen QKL-Niveau, also die Stufe 4, die wir aus unserem SPS-System auch schon kannten, erreicht haben und das Ganze durch eigenständige Teams mit einer selbsttragenden KVP-Organisation. Wir wollen bis dahin alle Geschäftsprozesse mit einem aktuellen Zielzustand versehen haben, an denen auch Mentees arbeiten, um diesen Zielzustand zu erreichen und die Prozesse zu verbessern. Wir wollen bis 2016 dann auch so weit sein, dass der Kata-Prozess ohne externe Berater aufrechterhalten werden kann und auch weiterentwickelt wird. Istzustand am 23.01., als wir gestartet sind, war dann halt so, stagnierende Weiterentwicklung unseres Produktionssystems, KVP-Prozesse werden durch Führungskräfte getrieben und unser Zielzustand, wir wollten einfach im ersten Schritt nur mal Erfahrungen sammeln. Ist die Kata bei Schmitz überhaupt anwendbar? Wir haben schon unsere eigene Führungskultur, ich sage mal, und unsere eigenen Arten bei Schmitz Cargobold und wir wollten herausfinden, lässt sich diese Methodik, diese Vorgehensweise bei uns implementieren. Wir haben uns als Ziel gesetzt, drei Pilotbereiche in der Administration zu wählen. Wir wollten nicht wieder den Fehler machen, den wir ganz am Anfang mit der Lean-Systematik gemacht haben. die Administration außen vor zu lassen, sondern ganz bewusst den Fokus auf die Administration gelegt. Ein Bereich in der Produktion, das Ganze wollten wir mit einem externen Berater durchführen und wollten parallel während dieser Pilotphase schon anfangen, interne Berater auszubilden. Dieses D-Formular, beziehungsweise das Coaching-Blatt haben Sie eben schon mehrfach gesehen, in etwas anderer Form. Auch wir nutzen so ein ähnliches Blatt, auch für die indirekten Bereiche, um unsere Coaching-Prozesse zu dokumentieren. Wir reden da nicht von fünf Fragen, sondern wir haben sieben Fragen, die wir stellen. Wir fragen nach dem Zielzustand. Wir fragen, was ist der letzte Schritt gewesen? Wie ist dein aktueller Zustand? Was hast du aus dem letzten Schritt gelernt? Was ist das aktuelle Hindernis, was du angehen möchtest? Und was ist deshalb der nächste Schritt? Wir konnten für uns diesen Pilot sehr erfolgreich abschließen und haben für uns erkannt, ja, das passt in die Schmidtswelt rein. Wir haben also nach ungefähr viereinhalb Monaten drei Pilotbereiche in der Administration mit Zielzuständen versehen, die durch einen Menti bearbeitet worden sind. Wir haben in der Produktion einen Bereich gehabt, wir haben das Ganze mit einem externen Berater durchgezogen und haben auch parallel einen internen Berater ausgebildet. Zur Reflexion dieser Pilotphase. Was konnten wir beobachten? Also es gibt schon Unterschiede zwischen der Administration und der Produktion. In der Produktion sind wir klassisch so hingegangen, dass wir eine Ist-Analyse gemacht haben innerhalb von zwei Tagen und sind dann eingestiegen in den Coaching-Prozess. Da das in der Administration oft nicht so einfach ist, die Prozesse weniger sichtbar sind und wir die erstmal transparent machen müssen, haben wir diese Zeit, die durchaus länger war als diese zwei Tage, schon genutzt, um in den Coaching-Prozess einzusteigen. Wir haben wahrgenommen, dass die Mitarbeiter aktiv bei der Sache sind, dass die kleinen Schritte, die definiert worden sind, im Tagesgeschäft gut zu schaffen sind, dass es keine Mehrbelastung für die Mitarbeiter ist. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Mitarbeiter in den administrativen Bereichen eigenverantwortliches Handeln eigentlich immer schon gewohnt waren, gewisse Freiräume hatten und am Anfang eine gewisse Skeptis da war, wo die gesagt haben, warum beobachten die mich denn jetzt, warum muss ich diesen Teilprozess so detailliert beobachten. Ich mache das schon jahrelang, ich weiß schon, was ich dazu, aber diese Hindernisse, diese Hemmungen konnten wir relativ schnell nehmen, da die Arbeitsweisen und die Ergebnisse, die wir erzielt haben, doch sehr positiv bei den Leuten angekommen ist. Wir haben eine Empfehlung an unseren Geschäftsbereichsleiter nach dieser Pilotphase abgegeben, ein Rollout für die Charta, sowohl im direkten als auch indirekten Bereich am Standort Altenberge durchzuführen. Wir haben einen Zielzustand für das Rollout beschrieben und sind in die Kommunikation mit unseren anderen Lead-Standorten gegangen, um ihnen diese Vorgehensweise näher zu bringen und darzulegen. Den Nutzen, den wir in der Pilotphase schon hatten, war unter anderem, dass die Durchlaufzeiten in den Pilotbereichen drastisch reduziert werden konnten. Als Beispiel ein Pilotbereich im Qualitätsmanagement, der Mängelrügenprozess, den wir da bearbeitet haben, konnten wir von einer Durchlaufzeit von drei Stunden auf 30 Minuten reduzieren. Weiteres Beispiel aus dem Bereich der Auftragsabwicklung in der Auslieferung, Fahrzeugauslieferung bei uns, werden sämtliche Dokumente, die dem Kunden mitgegeben werden, mittlerweile im GIS-Prinzip bereitgestellt. Vorher wurde das durch technisches Büro, durch den Vertrieb wurden gewisse Dokumente bereitgestellt, die mussten alle zusortiert werden. Mittlerweile ist die Auslieferung in der Lage, das bei Abholung direkt zu erzeugen und dem Kunden dann dementsprechend mitzugeben. Den großen Nutzen, den wir da drin gesehen haben, wir sind tatsächlich von dieser Spotlight-Geschichte, von dem Workshop-Charakter, von der Projektorganisation hin zu einer täglichen Verbesserung gekommen. Somit war dieser Pilot sehr erfolgreich. Ein weiteres Abfallprodukt ist gewesen, wir haben Standards für ein mögliches Rollout erarbeitet. Wir haben also verschiedene Dokumente erarbeitet. Sie sehen hier zweifarbige Coaching-Dokumente, sowohl das T-Formular als auch das Coaching-Dokument, einmal in blau, einmal in orange. Das ist den Hintergrund, dass wir im administrativen Bereich bereits in der Prozessanalyse mit dem Coaching-Prozess beginnen. Und damit das kenntlich ist, wo befinden wir uns in der Prozessanalyse oder direkt in der Umsetzung der Zielzustände, haben wir verschiedene Farben zugeordnet. Wir haben Methoden, die wir in unserem Baukasten schon drin hatten, zum Beispiel Cypog und Makigami, nutzen wir, um die Prozessanalysen im administrativen Bereich durchzuführen. Hat den Vorteil gehabt, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl hatten, wir treiben wieder eine neue Sau durchs Dorf, sondern wir greifen auf Altbewährtes zurück. Ein weiteres Ding ist, wir haben so Kärtchen entwickelt für unsere Coach- und Second-Coaches, die bei der Unterstützung der entsprechenden Reflexionsgespräche helfen. Und nicht zum Schluss haben wir eine komplette Mappe mit entsprechenden Dokumentationen und Vorlagen für Mentee und Mentor entwickelt, um das Rollout vorzubereiten. Zweiter Schritt, Rollout, im Bereich der Administration, auch da haben wir wieder eine Herausforderung und einen Zielzustand beschrieben. Die Herausforderung ist übrigens gleich geblieben, die wir uns Anfang an auch schon bei den Piloten gestellt hatten. Wir haben den Ist-Zustand, der hatte sich natürlich ein Stück weit verändert jetzt mittlerweile. Wir haben Erfahrungen gesammelt in drei administrativen Bereichen, in einem direkten Bereich. Anzahl der Berater, wie eben schon mal geschildert, sind auch vorhanden. Der Zielzustand, den wir uns bis zum 30.11, also praktisch bis heute, gesetzt haben, ist, wir wollten in 24 Teilprozessen sowohl in der Administration als auch in den direkten Bereichen Zielzustände definieren und die durch Mentees bearbeiten. 13 von diesen Zielzuständen und Teilprozessen sollten im indirekten Bereich stattfinden, äh, 11, Entschuldigung, und 13 davon im direkten Bereich. Sie sehen, da haben wir schon mal einen Haken dran gemacht. Aktuell sind wir in 13 Teilprozessen im administrativen Bereich unterwegs und in 14 Teilprozessen im direkten Bereich. Das Ganze machen wir mit einem externen Berater und mit zwei mittlerweile internen Beratern, die sich allerdings noch in der Ausbildung befinden. Auch da wieder im Rollout die gleiche Vorgehensweise mit dem Coaching-Formular. Wenn wir das Rollout jetzt mal reflektieren, was konnten wir beobachten? Also die Anwendung von bekannten Methoden, Saipoc, Makigami, die ist durchaus auf Zustimmung gestoßen in den Bereichen, weil wir, wie gesagt, auf Bekanntes zurückgegriffen haben, keine neue Sau durchs Dorf getrieben haben. Wir konnten auch beobachten, dass die Mentees beziehungsweise die Mentoren sehr oft erstaunt waren, wie wenig standardisiert ihr Prozess doch eigentlich ist und dass der an wenigen Schlüsselpersonen eigentlich hängt. Und wenn diese Schlüsselpersonen durch Krankheit, Urlobsvertretungen auslaufen, also sehr starke Schwankungen in dem Prozess auftragen. Wir haben auch festgestellt, dass dieser Parallelansatz, den wir gewählt haben, Parallelsansatz, darunter verstehen wir, wir sind nicht klassisch hierarchisch vorgegangen, also von der obersten Top-Führungsebene runter bis auf die mittlere Führungsebene, sondern wir haben versucht, das Ganze parallel aufzubauen. Der Top-Manager ist direkt als Coach eingestiegen, ohne Erfahrung in der Verbesserungskarte zu haben. Und das hat sich im Nachhinein als ja schwierig dargestellt. Wir haben auch festgestellt, dass wir ein gewisses Controlling dieser Termine brauchen und das Ganze auch dokumentiert werden muss. Weil ein Selbstläufer ist halt nicht, gerade in der Anfangsphase muss man schon diese Sache auch einfordern. Und da sind die Führungskräfte gefragt, dieses auch zu tun. Und wir haben festgestellt, man muss nicht in jeder Runde wirklich in die Lernsituation, an die Lerngrenze rankommen. Es gibt auch viele Coaching-Routinen, wo man einfach nur Maßnahmen abarbeitet, was auch nichts Negatives ist. Man kann nicht in jedem Schritt was Neues dazulernen. Wahrnehmung allgemein, zu Beginn war bei einigen Mitarbeitern leichte Abwehrhaltung, gerade bei den alten Hasen, die gesagt haben, jetzt fangen sie schon wieder mit was Neuen an. Die haben sich aber sehr schnell gelegt, weil diese schnelle Umsetzung, die wir aus unseren Projekten und Workshops nicht gewohnt waren, meistens haben wir lange Maßnahmenpläne kreiert, haben ganz schnell dazu beigetragen, dass eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern da ist. Diesen Parallelansatz, den würden wir nicht nochmal so wählen, weil es kam doch in einigen Bereichen zu Überforderung. Man war also Spieler, Trainer und Manager eines kleinen Bereiches und obwohl man noch nicht mal richtig spielen konnte, also die Verbesserungskarte nicht wirklich beherrschte, musste man jetzt schon in die Trainerrolle rein. und das war doch sehr schwierig. Parallel sind wir hingegangen und haben zusätzliche Trainings initiiert, um die nächsten Bereiche, die nächsten Teilprozesse auf diese Coachingkarte vorzubereiten. Wir haben also Trainings im Bereich Kommunikation und Zeitmanagement mit entsprechenden Live-Coachings zur Unterstützung eingeführt. Was würden wir empfehlen für allen, die sich in der Administration mit diesem Thema befassen wollen? Wichtig ist, dass die Zielzustände und die Ziele konsequent wirklich von Mentee und Coach verfolgt werden. Und dafür muss man sich halt die Zeit nehmen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, gerade in der Prozessanalyse, die zieht sich auch schon mal über ein, zwei Wochen, weil die Prozesse doch nicht so zyklisch sind, wie wir es aus der Produktion kennen. Wir haben keine Taktung im Minutenbereich, sondern es können da auch mal drei, vier, fünf Stunden zwischen den einzelnen Zyklen dazwischen liegen. Wir sind hingegangen und haben für diese Prozessanalyse uns im administrativen Bereich Bereiche rausgesucht, die doch einigermaßen zyklisch waren. Also zwei, drei, vier, fünfmal am Tag stattgefunden haben. Die Schrittlänge sollte immer individuell auf den Mentee und auch auf den Zielzustand angepasst werden. Wir setzen zwar voraus, dass man sich mindestens einmal am Tag trifft, aber es gibt auch durchaus Situationen, wo ein Treffen nur alle zwei oder drei Tage stattfindet, weil eben gewisse Softwaregeschichten angepasst werden müssen, die man innerhalb eines Tages nicht umgesetzt bekommt. Der Kollege von Peri hat es eben auch schon gesagt, also wenn man bereichsübergreifend tätig wird, dann stößt man doch schon an seine Grenzen in einigen Fällen. Wir haben auch oder würden empfehlen, mit der Ausbildung der Trainer rechtzeitig zu beginnen und das auch vernünftig durchzuplanen. Gerade wenn man schnell ins Rollout gehen will, so wie wir es gemacht haben, innerhalb von einem Dreivierteljahr mittlerweile 24 Bereiche, die wir mit Zielzuständen coachen, braucht man doch intern auch jede Menge Kapazitäten, die diese Coaches und Second Coaches nochmal unterstützen. Und wir würden als Empfehlung weitergeben, das wirklich Top-Down von oben nach unten anzufangen und nicht so, wie wir es gemacht haben, mittendrin einfach das mittlere Management mal rausgenommen haben und punktuell das Top-Management mit dem Thema Kater beglückt haben. Den Nutzen, den wir bislang erreicht haben in diesem Pilot und auch in dem Rollout ist, wir haben also durch die Prozessanalysen jede Menge Potenziale in Haupt- und Nebenprozessen entdeckt und ein sehr tiefes Verständnis für die einzelnen Prozesse bei den Beteiligten erreicht. Durch die schnelle Umsetzung und Verbesserung und von Verbesserungsmaßnahmen und die täglichen Routinen haben wir eine sehr hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern erreicht und die anfänglich dagegen waren, die sind jetzt Feuer und Flamme für dieses System. Durch regelmäßige Anwendung von bestimmten Methoden haben wir auch nochmal einen Effekt, den wir in unserem Produktionssystem nochmal weiterverfolgen können, das heißt, das Handlungswissen, was Methoden wie Saipoc, wie Makigami betrifft, ist nochmal deutlich besser geworden. Und die Kommunikation zwischen den Führungskräften und den entsprechenden Mitarbeitern jeden Tag durchzuführen hat nochmal eine ganz andere Sichtweise und ein ganz anderes Verständnis hervorgerufen. Letztendlich hilft es unser Produktionssystem nochmal eine Niveaustufe höher anzuheben und für uns ist die Kata keine neue Sau, die wir durch den Dorf treiben, sondern einfach nur eine optimierte Vorgehensweise bei der Implementierung von KVP-Maßnahmen im Tagesgeschäft. Nicht zum Schluss haben wir unsere Standardprozesse deutlich verbessert und die Prozessqualität gesteigert. Um Ihnen mal einige Beispiele zu nennen, wo wir zur Zeit unterwegs sind mit der Kata, wir sind also im Bereich des Qualitätswesens unterwegs, in Bezug auf Mängelrügen hatte ich Ihnen eben schon mal gesagt, wir sind bei der Mitarbeiterverplanung im Bereich der Erstbemusterung sind wir unterwegs, wir sind im Bereich des technischen Büros bei der Auftragsabwicklung unterwegs, wir sind im Einkauf und in Logistikprozessen unterwegs und haben in diesen Bereichen Zielzustände definiert, die gemeinsam mit den Coaches nun bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, können Sie jetzt in diesem folgenden Blog gerne stellen. Vielen Dank. 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 , ... ... ... ... ... ... ......